Hallo Leute, Namaste. Willkommen in meiner Indische Küche. Vielen, vielen Dank für 10.000 Abonnenten. Ich bin sehr dankbar für eure Liebe, für eure Unterstützung. Ja, das ist sehr nett für euch. Entschuldigung, ich bin gar nicht regelmäßig mit meinen Videos. Die Kinder brauchen immer mehr und mehr Zeit und ja, ich bin immer damit beschäftigt. Aber trotzdem, heute haben wir ein neues Video und es ist Missi-Roti. So, Roti ist Flattenbrot und es ist aus Geschäpsenmehl und normales Mehl zubereitet und wie immer Gewürze auch. So, ich zeige euch die Zutaten erst. 100 Gramm Indisches Mehl, 100 Gramm Geschäpsenmehl, Ghi oder Öl, Viertel Teelöffel Erzwein. Gewürze könnt ihr auch online kaufen. Ich verlinke ihnen den Link unter in der Infobox. Wasser, einen Teelöffel Korianderzamen, einen halben Teelöffel Salz, grüne Chili, einen halben Teelöffel Ingwer, einen Esslöffel Zitronensaft, kleine Hälfte Zwiebel, Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, Viertel Teelöffel Chili-Pulver, Viertel Teelöffel Pfefferkörner. Zuerst vorbereiten wir die Gewürzemischung und dafür gebe ich Erzwein, Ölfe Körner, Korianderzamen und noch, ich habe Viertel Teelöffel Kreuzkumel vergessen, so, es gibt es auch in den Zutaten. Alles in einen Mehlze geben und sehr kleinen. Dann hier in dieser Mehlmischung geben wir Gewürzemischung. Zwiebel, grüne Chili-Ingwer, Kurkuma-Pulver, Chili-Pulver, Salz, einen Teelöffel Khi und dann nach und nach Wasser und alles ganz gut kneten. Von der Konsistanz her darf der Teig weder zu fest noch zu weich sein. Dann decken wir diese mit einem Geschirrtuch und für 15 Minuten rühren lassen. Teig wieder gut kneten und nehmen wir eine Kügel. Mit Mehl besträumen und ausrollen. Nach Bedarf inzwischen noch mehr Mehl besträumen. Dann lassen wir eine Pfanne ganz richtig heiß und misst die Roti am Anfang ohne Fett für 1-2 Minuten backen. Bisschen kiebisch reichen, ein paar Minuten braten. Roti umdrehen, nochmal kiebisch reichen. Anbraten bis die Roti leicht braun ist. Gleichzeitig den gekochten Roti mit einem Tuch abdecken und warm essen. Und wir sind fertig. Hier haben wir Messirroti. Zuerst hier ist Messirroti mit Matripani. Aber ich genieße Messirroti am besten mit Masala-Chai. Das ist was mein Lieblings. Und im Sommer, es schmeckt total gut mit Joghurt. Ich hoffe euch das Rezept gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.